Sabersound Hallo zu, wie heißt das Ding? Princess Loot Pixel Again X2. Wie komme ich auf sowas? Wie komme ich auf so ein Spiel? Trash Osterwichteln. Der hat ja im Best-of paar Steam Keys reingekauft, natürlich random Steam Keys kauft und ein paar sind überblieben. Das ist eins davon. Spannend finde ich, man findet die Spiele nicht auf Steam, aber ich konnte den Code einlösen. Also ich denke, es wurde aus irgendwelchen Gründen von Steam entfernt. Ich habe mir jetzt ein bisschen die Controls schon angeschaut, mehr noch nicht. Es gibt Options und dann kann man Controls überprüfen. W-A-S-D und Spring in Space und J-K-L. Das sind irgendwelche Angriffe. F haben wir noch Bomben Key. Tab ist Map und Space ist springen, soweit ihr das verstanden habt. Controller Support gibt es aus irgendeinem Grund nicht bei dem Select Your Hero. Die Anwalt 2011, was? Warum sind jetzt hier... Moment, sorry, ich muss mir die Controls jetzt nochmal anschauen. Keyboard Settings. Ja, die will ich nicht wieder draufklicken. Egal. Was nehmen wir denn? Challenge Me. Challenge Me. Egal. 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 Dr. Ja, Reward Princess Kiss, alles klar, mach mal. Ich will jetzt nur mal ausprobieren, ob das Gamepad vielleicht doch unterstützt wird. Doch wird es. Sehr gut. Hier war springen, hier war hauen, hier war rumbe, hier war was auch immer. Was macht das? Ich habe hier einen Control, den habe ich auf dem Keyboard nicht und das macht irgendwas. Aber den L habe ich nicht. Okay. Ja, town. W-Action-Space. L-Artifact-Cabinet-Tab-Map. Ach, Map war das. Map ist hier. Linker-Trigger. Okay. Das war hauen. X ist J. Das ist dash. Wo waren jetzt die Bombe nochmal? Ich habe keine Bombe mehr. Okay. Ja, schauen wir mal was es ist. Boah. Boah. Interessant. Ja. Ah, W-Action-Space. W-Action-Space. Nehmen uns die Bombe-Action-Space. das ist, das ist halt irgendein Trash-Ding. Die Map ist auch mega, ne? Okay, hier haben wir einen Boss. Wie kann ihn da... Also, der nimmt man halt die Interagieren-Taste, die nimmt man nicht. Ist es vielleicht Select? Nein, Select ist auch Map. Ach, hier, okay. Ich hab das drauf gekauft. Mein Name ist Reaper. Try again. Ja. Okay, Level 1. Warum habe ich jetzt Schaden bekommen? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Egal. Ich muss sagen, ich find's da echt gar nicht mal so grundsätzlich kacke. Abgesehen davon, dass ihr hier einfach raufwollt, ne? Was bringen wir das hier rum? Der Soundtrack ist richtig cool. Okay, ich bin tot. Ja. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Da wollt ihr doch gar nicht hin. Okay. Warum... Warum nimmst man das Herz jetzt nicht? Und die kommen immer rauf. Und die kommen immer rauf. Mega. Egal. Gibt's hier irgendwie... Safe Points oder so? Offensichtlich nicht. Bin tot. Woher war doch da... Egal. Äh, ihr erwartet von dem Spiel wirklich nix. Es ist... Es ist... Es ist halt... Es ist halt... Okay. Und nu? Die Musik findet jetzt tatsache nicht mehr so Grundscheiße. Wie auch immer ich hier jetzt raufkommen soll. Oben wir ja noch irgendeine Stirn oder so. Ja, keine Chance. Safe Points oder so... Wären halt egal. Die Musik echt nicht. Also... Ne? Hat schon was. Das war's. Okay. Ja. Hier nach links war er noch. Ne? No coins. Okay. Ja, was hat man jetzt hier? Die Map ist schon mega. Vor allem, weil ich immer so genau sehe, wo ich bin. Ah, hier. Okay. Jetzt habe ich wirklich alles. Jetzt kann ich dann zum Boss. Jetzt will ich aber nochmal rauf. Rauf, rauf. Dass man nur das Herz holt. Jetzt habe ich ja wieder Coins. Alles ab. Okay, Coins habe ich nur zwei. Gut. Und wo geht's jetzt hin? Runter, rechts, runter. Okay. Hey. Das wäre voll das, voll das geile Trash Gang gewesen zum Verschenken. Ja, ich muss halt hier jetzt... Boah. Game Stopping Bug, oder... Ach, ich habe Doppelsprung. Sollte man auch mal wieder sagen. So, und rein da. Level 1, 2. So, geh weg. Coins. So, geh weg. Coins. Oh, ich habe doch... Bomben. Hm. So. Damage Up. Okay. Beider drücken schon. Ja. Okay, aber die. Oh, ich muss hier noch hier. Da bin ich ja hergekommen. So. Okay. Muss wahrscheinlich dahin. Ah, hier ist der Schlüssel. So. Gut. Äh, das macht sonst noch irgendwas. Macht da keinen Sinn irgendwie. Na gut. Ähm. Ähm. Ja, hier ist er. Äh. Boah, toll. Ist er jetzt irgendwie tot oder so? Was macht denn der? Macht nix. Okay. Äh, wohin? Wobei überall. Eins runter heißt es. Eins rüber. Was macht denn das Ding da? Okay. Hier einfach runter. Was machst denn du? Bringst du irgendwie Feinde um oder so? Nein. Okay. Boss-Area. Ja. Okay. Oh Gott. Nicht so gut. Oh shit. Fuck. Oh. Ja. Wo muss ich neu starten? Ja komm. Das wäre das perfekte Trash-Game gewesen zum Verschenken. Vorteil ist natürlich. Ich muss jetzt keine Dreiviertelstunde spielen. Ich habe einmal einen Schlüssel. Wo muss ich denn jetzt hier? Level 1.1 hat er wieder gestartet. Aber ich habe meine Items behalten aus irgendeinem Grund. Macht jetzt nix. Ähm, für angespielt reicht das jetzt schon mal. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Boss schaffen soll. Das war, wie auch immer es geheißen hat. Irgendwas mit Pixel. Aber wenn ich schon mal eingelöst habe, haben wir gedacht, dann spiele ich es auch mal. Haben wir jetzt kurz mal angespielt. Es wird keine weiteren Folgen von dem Game geben. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020